So kann man den Tag doch schon mal starten, oder? Perfektes Wetter und ein völlig anderer Einstieg in den Vlog. Ich bin mal gespannt, ob du Alex mit sowas spontan überhaupt arbeiten kann. Und ich hoffe, dass die Kopfhörer das Ganze aufzeichnen können. Nachdem ich also herzlich empfangen wurde im Büro, werde ich mir jetzt wie immer jeden Morgen erstmal meinen Kaffee machen. Übrigens habe ich das nur gemacht, also die Kaffeesäle habe ich mir nur ausgedacht, um Werbung für unseren Kaffee zu machen. Das ist nämlich 4 Dudes Chocolate Chillout, sag ich mal, ist der Shit. Und wer diesen Vlog hier vom Aufbau dieser Kaffeeküche geguckt hat, der weiß auch, wie viel Kaffee da drin gestanden hat. Das haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit doch massiv dezimiert. Habt ihr schon mal gesehen, wie man Milch aufschäumt aus der First Person Version? Ne, wie heißt das nochmal? Third Person, ne? First Person macht gar keinen Sinn. Ich kann jetzt eh machen, was ich will, weil er schneidet jetzt sowieso so scheiße rein, dass ich mich wieder zum ... Alex, du musst das jetzt so schneiden, dass es eine übelst krasse Actionszene wird, okay? Also ich werde jetzt diese Milch aufschäumen, liebe Freunde. Ich bau jetzt einen Spannungsbohrung auf. Diese Milch werde ich jetzt aus meiner Handperspektive aufschäumen. Das wird, ey, das wird so krass, ne? Das wird so krass, ne? Ja? Das wird so krass, ne? Ah. Das ist noch krass, ne? Also wirklich klasse. Heiß. Ah, du kannst dich umhängen. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 Junge. Aber ey, komm, für außerhand, großer Lappen, sitzt da hinten. Da können wir, also da können wir richtig mit rummalen. Ich will nix hören. Das ist wohl wirklich der absolut schönste Capuccio, den man überhaupt machen konnte. So, jetzt rück ich raus mit der Sprache. Zu meiner morgendlichen Routine gehört auch eine andere Sache. Und zwar setze ich mich jeden Tag auf so einen Stuhl hier. Wie ihr seht, habe ich hier schon provisorisch alles mögliche abgeklebt. Und mich damit schon mehrfach rumgeärgert, weil hier so Metallstäbe rausgekommen sind. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht liegt es in meiner Hose oder vielleicht bin ich auch einfach sehr, sehr muskulös geworden. Es sind verschiedene Gründe sicherlich dazu führen, dass der Stuhl ein bisschen in die Knie gegangen ist. Und wir haben vor einiger Zeit einen Aufruf gemacht bei Instagram und haben gesagt, Leute, habt ihr nicht mal einen Tipp für uns, was für Büroschule man sich anschaffen sollte. Da haben sich unfassbar viele drauf gemeldet. Unter anderem auch ein sehr guter Freund von uns, der mir sofort per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt hat. Da habe ich gesagt, sag mal, hast du da nicht mehr Latten am Zaun? Wieso fragst du mich nicht? Ich habe alles da. Dann habe ich gesagt, Nick, was hast du da? Dann hat er gesagt, naja, ich baue dir das so, wie du es brauchst. Und ich sage mal so, wir sind dafür bekannt, dass wir durchaus immer mal einen Schritt weiter gehen und vor allen Dingen uns ein paar Gedanken machen und darüber hinaus auch ganz oft Dinge unverhältnismäßig eskalieren lassen. So wie bei der Outdoor-Küche zum Beispiel. Und ich sage mal so, beim Thema Stühle ist es nicht unbedingt anders, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Da ist schon mal der erste. Ich weiß gar nicht, was Julian vorher gesagt hat. Ich habe ihm natürlich wie immer aufmerksam zugehört. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal der erste Karton, der uns hier hochgeliefert wurde. Das bedeutet in allererster Linie wieder eins. Papiermüll. Yay! Morgen! Zu gut sieht man den Schweißperl noch nicht. Nee, aber man sieht einen muskulösen Körper. Echt? Meinst du? Ja, nein. Den nächsten packe ich mit an. Oh, das war der letzte, das ist ja ärgerlich. Zu der Technik, die hier drunter ist. Das Ding wiegt ja deswegen so unfassbar viel, weil dieses Teil hier, quasi das Geheimnis von Penny ist. Das heißt, es geht lediglich um bewegtes Sitzen und ergonomisches Sitzen. Sprich dieses Schwingen, was ihr jetzt bei Alex so seht. Dieses hin und her drehen und bewegen, das nennt man V-Matik von der Firma. Das heißt, es ist halt einfach eine mega rückenentlastende Haltung, indem man halt, wenn man sich nach vorne bewegt zur Seite, man hat halt nicht diese Negativbewegung für die Wirbelsäule, sondern du bleibst halt immer dann natürlich in Form, wo halt Rückenschmerzen, wo man schon ohne zu viel versprechende Rückenschmerzen vorbeugen kann. Also man sitzt doch jedenfalls sehr gut hier drauf. Ohne Scheiß. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, da wollen wir mal ran hier, oder? Und diese Rollen sind auch genial, du hörst ja gar nichts. Bei so einer Präsentation kann ich ihn hier einfach rausstellen, richtig? Alter, das ist ja wirklich schwer, das gibt es mir nicht. Also manchmal frage ich mich wirklich, das geht Julian hier mit dem Stuhl nach draußen. Ich habe mir gedacht, ich gehe raus, weil es einfach schön ist. Ne, ist ja auch richtig. Es wäre immer auch gutes Wetter. Ich werde den Laptop auch einfach an den Tisch aufbauen und dann werde ich mich hier draußen nutzen, ne? Ganz ruhig mal. Ich möchte nochmal was sagen, weil ich habe ja noch vorhin gesagt, es wird eventuell unverhältnismäßig. Es ist wieder unverhältnismäßig geworden, weil so ein Stuhl ist wirklich... Ich meine, ihr könnt das jetzt nicht fühlen, was ich hier fühle, ja? Aber ihr könnt ungefähr erahnen, dass es auch gut aussehen könnte. Und dass dieses auch ein wirklich sehr, sehr guter Stick ist und so weiter. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich es erstmal total geil finde, dass Nick das Ganze für uns gemacht hat. Also, Nick, persönlich an dich ein Herz geht raus. Vielen Dank. Fakt ist, wir sind sehr glücklich darüber. Es ist unfassbar bequem. Wir haben natürlich früher schon mal Probesitzen können. Wir wussten schon über Monate, dass der kommen wird. Haben es euch aber nicht erzählt. Und ich habe gerade zu Nick gesagt, ey Nick, wenn das Video kommt, wird es Menschen geben, die sagen, wo gibt es diesen Stuhl? Ihr müsst mal Folgendes machen. Das Bett Hannover auf Instagram ist, glaube ich, die einzige Seite, die so große Social Media technisch ganz weit vorne sind. Oder bei Facebook auch vielleicht. Aber die Jungs und Mädels dort geben sich richtig viel Mühe eigentlich zum Thema Betten und machen halt alles, was Rücken schont. Das gibt es doch nicht, oder was? So, mehr will ich jetzt auch nicht Werbung machen, weil ich bin begeistert. Werbung aus Überzeugung. Verzeugung. Hubschrauber. 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 Untertitelung des ZDF, 2020